Russisch lernen mit Russland-Journal Und heute beschäftigen wir uns weiter mit dem Dativ und lernen Dativ von Possessivpronomen. Aber bevor wir das tun, wiederholen wir nochmal kurz das, was wir beim letzten Mal gelernt haben. Und damit du ein bisschen reinkommst, sage ich erstmal ein paar Sätze auf Russisch, du übersetzt sie ins Deutsche und dann darfst du versuchen, vom Deutschen ins Russische zu übersetzen. Also, wir sagen jemandem etwas. Он сказал подруге, что скоро вернется. Er hat der Freundin gesagt, dass er bald zurückkommen wird. Wir haben den Freunden gesagt, dass wir ihm beim Umzug helfen werden. Хорошо. Она сказала маме, что поможет ей по дому. Er hat mama gesagt, dass sie ihr im Haushalt helfen wird. Er hat mama gesagt, dass sie ihr im Haushalt helfen wird. Thomas hat Sarah gesagt, dass er ihr leider nicht helfen kann. Sarah сказала Thomasу, что она скоро летит в Москву. Sarah hat Thomas gesagt, dass sie bald nach Moskau fliegt. Ja, das war schon mal ganz gut. Auf Russisch gefällt jemandem etwas oder hat jemandem gefallen. Frag du mal, wem hat es in Moskau gefallen? Каму понравилось в Москве. Каму понравилось в Москве. Und du sagst, Райна und Барбаре hat es in Moskau sehr gut gefallen. Райнару и Барбаре очень понравилось в Москве. Да, Райнару и Барбаре очень понравилось в Москве. Wir haben in der Lektion 70 dativ von все gelendt. Alle, wie war das? Всем. Всем. Sag mal, diese party hat allen sehr gut gefallen. Эта вечеринка всем очень понравилась. Да, эта вечеринка всем очень понравилась. Und wie war das dativ von никто? Каму? Никому. Никому. Und sag mal, dieser Film hat keinem gefallen? Этот фильм никому не понравился. Да, этот фильм никому не понравился. Auf Russisch rufen wir jemandem an. Nicht wie auf Deutsch jemanden, sondern auf Russisch rufen wir jemandem, also dativ an. Und wenn ich sage, dass ich jemandem auf Russisch anrufen muss, dann sage ich, mir ist nötig, die Person anzurufen. Zum Beispiel, Also mir ist nötig, die Freundin anzurufen, aber man würde in Deutsch sagen, ich muss die Freundin anrufen. Richtig. Wie sagst du, er muss den Bruder anrufen? Jemu nada pasvanit brato. Jemu nada pasvanit brato. Wir müssen Freunde anrufen. So, jetzt hoffe ich, seid ihr wieder drin beim Dativ, jetzt kommen die Posisivpronomen. Wie hieß auf Russisch mein? Moi. Moi. Und meinem heißt Majemu. Majemu. Wie hieß dein? Tvoi. Tvoi. Deinem heißt Tvojemu. Also bei männlichen ist wieder ganz einfach. Wir haben die Endung Jemu. Und dann heißt es Majemu trugu. Wie sagst du, dein Bruder? Tvoi brat. Tvoi brat. Deinem Bruder. Tvojemu bratu. Tvojemu bratu. Also immer die Endung U. Tvojemu bratu понравился этот Film? Hat deinem Bruder den neuen Film gefallen? Da, majemu bratu понравился новый Film. Хорошо. Da, majemu bratu понравился новый Film. Tvojemu drugu нравится russkaya Popmusika? Gefällt deinem Freund russische Popmusik? Richtig, Popmusika ist Popmusik. Niet, majemu drugu nie naravitsa russkaya Popmusika. Majemu drugu naravitsa Rockmusika. Kann ich Rockmusik so sagen? Ja, das kannst du sagen. Popmusika, Popmusik, Rockmusika, Rockmusik. Also, niet, majemu drugu nie naravitsa russkaya Popmusika. Majemu drugu naravitsa Rockmusika. Und eine Musikband heißt auf Russisch Grupa. Grupa. Mit zwei Ps geschrieben. Kamu naravitsa etta Grupa? Wem gefällt diese Band? Wie sagst du, meinem Sohn gefällt diese Band sehr. Majemu sinu occhin naravitsa etta Grupa. Da, majemu sinu occhin naravitsa etta Grupa. Den Dativ benutzen wir auch, wenn wir zu jemandem zu Besuch gehen. Und zu wem heißt k-kamu. Also am Anfang zwei Ks. K- die Proposition zu und dann kamu. K-kamu. Und diese zwei Ks, wenn man das ausspricht, kommen natürlich zusammen. Ja, also wörtlich ist es ein bisschen holprig übersetzt, aber so sagt man das im Russischen richtig. Ich bin zu meinem Nachbarn zu Besuch gegangen. Bist du oft bei deinem Onkel zu Besuch? Ja. Und djadja ist wieder so ein Fall. Das ist eine männliche Person, der Onkel, aber hat die Endung ja im Nominativ und bekommt die weibliche Dativendung je. Jetzt nennen wir die Pronomen unser und euer oder ihr. Unser hieß nasch. Unserem heißt naschemu. Euer oder ihr? Wasch. Waschemu. Hier haben wir bei beiden die Endung je mu. Wasch. Waschemu. Waschemu. Sag mal unser Vorgesetzter. Nasch-Natschalnik. Nasch-Natschalnik. Unserem Vorgesetzten. Naschemu-Natschalniku. Ja, nur die Betonung ist auf der ersten Silbe bei beiden Pronomen. Naschemu-Natschalniku. Naschemu-Natschalniku. Und jetzt ihr oder euer Neffe. Wasch-Plemiannik. Wasch-Plemiannik und eurem oder ihrem Neffen. Waschemu-Plemianniku. Waschemu-Plemianniku. Сегодня вечером мы идем в гости к нашему другу. Heute Abend gehen wir unseren Freund besuchen. Ja, wörtlich zu Besuch zu unserem Freund. Man geht auch oft zum Geburtstag oder auf einen Geburtstag auf Russisch und das heißt На день рождения. На день рождения. В Субботу мы идем на день рождения к нашему Внуку. Am Samstag gehen wir zum Geburtstag zu unserem Enkel. Ja, und jetzt nehmen wir mal ein neues Wort. Und zwar das Wort für Bekannte. Und ein männlicher Bekannte heißt знакомый. Und das kommt von dem Verb знать, das heißt kennen. Also das ist jemand, den man kennt. Und ein Bekannte, ein männlicher Bekannte heißt один знакомый. Und wenn wir zu einem Bekannten gehen, dann heißt es Und zu einem meiner Bekannten, sagt man wörtlich auf Russisch, zu einem meinem Bekannten. Und was würde heißen, k'adnamu majemu znakomamu. Und was würde heißen, k'adnamu najemu znakomamu. Zu einem unserer Bekannten. Ja. Včera мы ходили на день рождения, k'adnamu najemu znakomamu. Gestern gingen wir zum Geburtstag zu einem unserer Bekannten. Kann ich dann sagen, včera ja hodil na den rождения, k'adnamu majemu znakomamu. Oder k'adnamu majemu drugu. Zu einem meiner Freunde. Das waren männliche Substantive mit dem Pronomen. Jetzt kommen die weiblichen Substantiven mit Pronomen. Wie hieß meine? Maya. Maya. Und meine, also der Dativ davon ist majej. Majej. Und deine? Tvaja. Tvaja. Und deine? Tvajej. Also majej. Tvajej. Und das erinnert uns an? Instrumental. Smajej. Smajej oder Tvajej. Richtig. Die Pronomen werden gleich dekliniert. Hier im Dativ und im Instrumental. Die weiblichen. Aber die Substantive haben unterschiedliche Endungen in diesen Fällen. Und da muss man aufpassen. Heute konzentrieren wir uns natürlich auf dem Dativ. Jetzt sag mal meine Freundin. Maya Padruga. Maya Padruga. Meine Freundin. Majej Padrugge. Majej Padrugge. Ja, bei Padruga haben wir im Dativ die Endung je. Und deine Tante? Tvaja Tjota. Tvaja Tjota. Und der Dativ? Tvajej Tjote. Tvajej Tjote. Und wenn wir zu einer weiblichen Person gehen, dann heißt es auch kkamu, zu wem. Tvajej, zu meiner. Oder Tvajej, zu deiner. Zum Beispiel. Ich war auf dem Geburtstag meiner Schwester. Das würde ein Mann natürlich sagen. Und wie fragst du mich zum Beispiel, warst du auf dem Geburtstag von deiner Nachbarin? Ja, und jetzt nehmen wir wieder das Verb сказat, sagen. Sag mal, was haben sie deiner Freundin gesagt? Do ani skazali tvajej Padrugge. Što ani skazali tvajej Padrugge? Anni skazali majej Padrugge, što ani zavtra idut na konzert. Sie haben meiner Freundin gesagt, dass sie morgen ins Konzert gehen. Ja, und nochmal mit dem Verb нравится. Wie sagst du, meiner Tochter gefällt diese Band sehr? Majej Döcceri occhen nravitse etta Grupa. Хорошо. Majej Döcceri occhen nravitse etta Grupa. Wir schenken auch jemandem etwas. Schenken hieß? Darit. Darit. Kamu te abyczna darisch Cvetyna 8. Marta? Wem schenkst du normalerweise Blumen zum 8. März? Da, sevotnia vasmoja Marta. Ja ni sabil, ja tibia pastravlariu. Spasiba. Du hast also nicht vergessen, dass heute der Weltfrauentag ist. Natürlich nicht. Ich weiß ja, wie wichtig der ist. Aber um deine Frage zu beantworten. Abyczna ja dariu Cvetyn maaii mami, maaii jenie i maaii tjössche. Abyczna ja dariu Cvetyn maaii mami, maaii jenie i maaii tjössche. Normalerweise schenk ich Blumen meiner Mutter, maina Frau und maina schwiegermutter. A что ты darisch твоей сестре? A kak pa ruski konfekt? Konfekt pa ruski konfety. Konfetti. Maaii sistree ja dariu konfekty. Konfetti. Auf Russisch ist da kein K am Ende noch. Konfetti. Also, ich habe gefragt, was du deines Schwestern schenkst und du schenkst ihr Konfekt. Und что ты обычно darisch твоей бабушке на 8. März? Was schenkst du deiner Oma zum 8. März? Ka kak pa ruski pralin? Шокoladnye konfety. Wörtlich шокoladenkonfekt. Шокoladnye konfety. Also, maaii babuske ja обычно dariu schokoladnye konfetti. Хорошо, но bei Dariu ist die Betonung auf dem Ju. Maaii babuske ja обычно dariu schokoladnye konfetti. Хорошо. So, jetzt nehmen wir unsere und ihre als Pronomen für weibliche Substantive dazu. Наша hieß? Unsere. Нашей ist der Dativ davon, also unsere. Eure oder ihre? Ваша. Ваша. Und im Dativ вашей. Vашей. Ja. Sag mal unsere Oma. Наша бабушка. Наша бабушка. Und wem unsere Oma? Нашей бабушке. Нашей бабушке. Eure oder ihre Tochter. Ваша дочка. Ваша дочка. Und eure oder ihre Tochter im Dativ. Вашей дочки. Вашей дочки. Он часто дарит нашей дочке шокoladnye konfette. Er schenkt unsere Tochter oft praline. Мы любим ездить в гости к нашей бабушке. Wir fahren gerne unsere Oma besuchen. Frag du mal. Gefällt eure Enkeling diese Musik? Вашей внучке нравится эта музыка? Вашей внучке нравится эта музыка? Die bekannte, die weibliche Form ist знакомая. Znakomaya. Mit der Endung a-ja. Und eine bekannte heißt одна знакомая. Одna знакомая. Und der Dativ davon ist одной знакомой. Beide Wörter bekommen OI am Ende. Одной знакомой. Вчера мы ходили в гости к одной нашей знакомой. Heißt? Gestern sind wir zu Besuch zu einer unserer Bekannten gegangen. Мы едем в гости к одной нашей знакомой из Москвы. Wir fahren zu Besuch zu einer unserer Bekannten aus Moskau. Так думай, einer unserer Bekannten gefällt русский рок sehr. Одной нашей знакомой очень нравится русский рок. Да, одной нашей знакомой очень нравится русский рок. В воскресенье мы помогали одной нашей знакомой с переездом. Am Sonntag halfen wir eine unserer Bekannten beim Umzug. Und wenn ich eine Bekannte anrufen muss, kann ich dann sagen, Mene nada paszvanit одной моей знакомой? Ja, das ist richtig. Mene nada paszvanit одной моей знакомой. Oder одной знакомой. Oder einfach nur моей знакомой. Also da kann man variieren, wie man möchte. Тебе надо paszvanit одной знакомой. Du musst eine Bekannte anrufen. Ja. So, die Substantive und die Pronome im Plural nehmen wir dann beim nächsten Mal. Aber heute möchte ich noch die Possessivpronome für ihr sein und ihr Plural erwähnen. Wie waren die? Ihr war je-jo, sein war je-wo und im Plural war ich. Richtig. Je-jo, je-wo, ich. Und das Schöne an diesem Possessivpronomen ist, dass sie unverändert bleiben bei der Deklination. Also, Ihre Schwester gefällt diese Musik nicht. Ja. Oder Seinem Bruder hat dieser Film nicht gefallen. Je-wo, padrugi, nie nra-witsa, što on tak čassta igraet w futbol. Seiner Freundin gefällt es nicht, dass er so oft Fussball spielt. Sag Duma, Ihre Mutter hat es in Russland sehr gut gefallen. Je-jo, mamie, očen, panra-wilas, v rassi. Je-jo, mamie, očen, panra-wilas, v rassi. Oder ihren Kunden gefällt dieses Restaurant immer sehr. Ich, klientam, sikda, očen, nra-witsa, etat, rassi. Ich klientam vsigda očen nra-witsa etat, rassi. Und jetzt, vederholen vi die noen Wörter, die wir heute gelernt haben, mit der zahl, und die war 74. 74. K kamu? Zu wem? Znakomý? Bekanta? Znakomaya? Bekanta? Na dzień rождения? Zum Geburtstag? Oder auf ein Geburtstag? Konfetti? Konfekt? Schokoladne Konfetti? Pralinen? Popmusika? Popmusik? Rockmusika? Rockmusik? Grupa? Band? Ja, das war's für heute. Und die Notizen zu dieser Lektion gibt es natürlich auf russlandjournal.de in der Rubrik Podcasts. Und ich hoffe, ihr wisst auch, wie wichtig der 8. März für russische Frauen ist. Ansonsten gibt es viele Informationen dazu auf russlandjournal.de und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal und sagen Das vidania! Das korowa! Das가 a 6 Saat leg 3 4 5 4 6 6 6 9 9 9 10 Untertitelung des ZDF, 2020